Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Zwei Runden sind da standardmäßig eingestellt Ja, dann machen wir auch zwei Noch zwei? Ne, nur zwei Achso, achso Und Radio ausschalten Ja, hab ich schon gemacht Eigene Fahrzeuge und Verkehr hab ich ausgeschalten Na ja, Entfernung 1,7 Kilometer Zwei Runden sollte eigentlich gut sein 1,7 Kilometer, das ist einiges, ja So, äh Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten Ich will jetzt noch ein paar Leute hier Verfluchte Axt, Freunde, die GTA 5 spielen Einfach alle einladen Ja, ich versuch's So Ja, komm Verkehr ein Schreibt Yasset Was? Verkehr ein Ich kann, glaub ich, nicht mehr umstellen, oder? Doch Ein So Äh, mich nervt aber der Verkehr immer Vor allem, wenn der rumklitscht oder so'n Scheiß Wollen wir den da doch lieber ausmachen? Ne Komm Scheiß drauf Okay Einmal mit Verkehr, das geht schon Wir werden richtig abkacken, glaub ich Ach nö Wieso denn? Wieso sollten wir? Wir sind doch Pros hier Na, stimmt Hast du auch recht Äh, wenn du sagst, äh, wenn du sagst, äh, ich bin da jetzt Level 28, 29, so was Ja Weißt du ungefähr, was Gronkh und Sarazza in den letzten Folgen ungefähr geschafft haben? Ne So, leveltechnisch Gronkh ist 31 und Sarazza 28 Und die haben gut schon 70 Folgen mehr als wir Find ich kurios persönlich Ja, ist schon gut komisch Ja gut, die knallen sich auch andauern gegenseitig ab Das bringt natürlich einen Scheiß So Ah, quietschgelb Quietschgelb So Äh, ich wette mal wieder 500 an mich Äh, auf mich Ich wette diesmal gar nicht Oh Oh, dann verliert er Ja, dann verliere ich auch Ich hab so viele Narben rechts im Gesicht, das ist ja übel Ich muss mal gucken Eine Narbe sieht ja aus wie ein riesiger Knutschfleck Von dir? Ja Ich seh die gar nicht Eine komplette Bremsspur im Gesicht Echt? Ja, brutal Hab ich gar nicht gesehen Nicht? Nee Auf der rechten Wange Nee, ich hab geguckt, aber Da war nichts Hä, wieso bin ich letzter? Ja, weil mal random irgendwo Hingeworfen wird Und Da bleiben zwei Mann stehen Das ist richtig mies am Start Ich glaub bewusst sogar Was man sich Nee, ich wegdrängte hier am Anfang Alter Das ist geil Da bin ich schon wieder weg Ich? Ja Wo bist du denn? Hinter dir Ach da? Ja Ach ich dachte du bist der Blaue Nee Windschatten ist hier auch ein bisschen dämlich Wir stehen immer noch rum Übel Wir haben doch schon Ach Eine Runde ist da anders konstelliert Auch nicht schlecht Ich find das irgendwie lustig Wir sind noch nicht in der zweiten Runde User disconnected from your town Ja, das Hm Jetzt tut es weg Echt? Ja Ist grad raus Warum denn das? Weiß ich nicht Fragen halt selber Ja, würde ich ja Ist ja nicht hier Nee, vielleicht Achso, ihr habt einen kompletten Internetabriss Oh nee Weil ihr erstet auch auf dem Ding steht Bei Start und Ziel Und eine Barriere hier bildet Ach Mann Ja, der kommt schon wieder hinzu Auf jeden Fall Ja Den kriegen wir so schnell nicht los So, ich bin dritter Korrektur vierter Ach komm ey Was machst du denn? Ich? Ja, du Ich war fort Ja, du hast mich angeraten Hä? Das war ich nicht Du hast hier voll rüber gezogen Total untypisch für eine Ideallinie Wie dass du es auf mich abgesehen hättest Ich war das nicht Ja, ja Das sagen sie alle Und hinterher sind sie doch schwanger Äh, das kann ich erklären Wirklich cool Da will ich gerne Erklärung haben Wie du schwanger sein kannst So, ich bin fünfter Mensch 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 Markus So Level elf Sauber Geht doch Was ist das denn? Ist das ein Epileptiker oder was? Sieht gewaltig da noch aus So Alle haben denselben Wagen Außer Yasset, ne? Ja Ja Alle haben denselben So, mir gefällt's Mir auch Ist ja schön Wenn wir uns einig sind So Der erste hat aber auch nicht wirklich viel Geld gekriegt Auch nur 3500 Verdammung Wirklich Versammwe trad Wirklich